jo leute herzlich willkommen heute ein ganz besonderes video ich mache ja ganz deshalb videos aber ich habe selten ein gast dabei der wirklich physisch bei mir ist und heute ist es mal wieder soweit alex ich grüße dich wir sind gerade nach dem stream nach dem unfassbar heftigen geburtstag stream sind wir jetzt hier am start wir sind völlig verpeilt aber ich hatte voll die geile idee machen kommentare über die alten zeiten denn alex hier der ist mal uralter also du bist nicht uralt aber wir sind uralte zockerkollegen weiß was ich meine erst mal moin moin ja genau so muss das sein aber kurz mal ich bin ein zwei worte verlieren zum stream für die daran das war eine eskalation wie es im buche steht dankeschön für alles es war ein richtiger stream und ja ich hoffe euch hat es auch gefallen aber nun wir haben echt nicht viel zeit ich habe ein schmackhaftes gameplay mit dabei heute auf der map kontraband mit einem 36 zu 6 ich spiele heute mit nomad das ist eigentlich Alex ein spezialist du spielst ihn immer oder ja also eigentlich standard und ich bin nur mit fast nie aber irgendwie war das ausgewählt und ich dachte egal das ist gerade eben entstanden das gameplay eigentlich echt gut 36 wie gesagt kann man sich gut geben so viel zum gameplay wir haben heute echt wenig zeit das ganze geht nur fünf minuten oder so und wir haben ein herzliches thema mitgebracht wir haben uns gedacht wir haben richtig bock über die alten call of duty zeiten zu regen denn das ist ja schon so ein bisschen heilig oder also ich glaube man kann mit heutzutage mit call of duty nicht mehr das erreichen was man früher hatte nein hätte man damals den skill gehabt wenn man heute gehabt hätte egal du hättest einen nuk nach anderen gerissen klar auf jeden fall auf jeden fall die zeiten das war so was anderes einfach deswegen hat mb3 bei uns ist es mb3 vor allem gewesen bo2 auch total wirklich richtig stark aber ticken wir mb3 glaube ich ja ich glaube auch weil wir damit haben wir damit haben wir angefangen aber ich weiß noch genau den tag als ich das dann bekommen habe und du hast du geschrieben du hast gesagt ja dann ging es los dann ging es los wir haben echt am anfang richtig rein gesagt wir haben richtig verkackt also ich kann euch sagen ich weiß das noch meine erste kd so nach zwei wochen war 0,56 ja das sagt glaube ich alles und das damals also da ja das hat sich alles gewandelt aber ganz im ernst heutzutage man versucht man will nicht darauf gehen aber man man will immer der beste oder nein aber man es ist nicht so unbeschwert wie damals damals wir haben angefangen wir haben gezockt und es war uns mehr oder weniger egal ob wir verkacken oder nicht richtig hauptsache meine so spielspaß damals hat man auch noch viel mehr so private lobbies und sowas gemacht also richtig viel tohuwabohu einfach so miss gebaut und das ja und das macht man heute das ist was ganz anderes heute das ist war damals war es auch so eine stunde multiplayer gezockt danach erst mal eine stunde private lobby und dann quickscope geübt und solche scheiße ich weiß es noch boah das waren zeiten aber auch generell aber wir haben wir haben auch total viel gesuchtet ich meine gut wie damals gehen wir zur schule wirklich wir waren noch jünger so das war halt unsere sorgen war halt wirklich wir hatten keine sorgen wir hatten nichts wir hatten keine sorgen können aber zocken überhaupt nichts zu tun sonst den ganzen tag nichts anderes einfach gesuchtet hausaufgaben was nee das kenne ich das kenne das war immer so der fall grüße gehen raus an unsere lehrerin nein aber jetzt mal ganz im ernst ich habe letztens bio 2 gespielt ja ich wollte unbedingt wieder bio 4 spielen es hat sich nicht so angefühlt ich glaube wir wir stellen uns das so geil vor weil wir so eine geile erinnerung daran haben ja gut das stimmt aber in wahrheit war das gameplay gar nicht wirklich besser als heutzutage ich glaube es war sogar schlechter und das ist meine ehrliche meinung wie ich jetzt hier gerade sage ja wahrscheinlich ist tatsächlich so ich habe echt bio 2 gezockt und da habe ich bock drauf und es ging so hart in die hose also ich glaube vom gameplay her sind die heute auch echt besser community macht viel aus community macht viel aus natürlich ist jetzt bei bio 4 mit diesem spezialisten auch noch so eine sache drin die umstritten ist und die ich auch nicht so mag mit den ganzen sachen vor allem halt bei mir in meiner meinung nach immer noch die zweite spezialisten fähigkeit die muss gar nicht sein ja naja also das ist auch noch ein großer großer punkt irgendwie jetzt werden die noobs werden echt befeuert dass sie gut sind dass die noobs auch mal kills kriegen ja spiel halt machen das total glück machen damit einfach geld 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 regiert die welt mittlerweile natürlich regiert geld die welt aber das ist so viel schlimmer geworden als damals damals hatte man so eine das war unbeschwert die zeit waren unbeschwert und hatte einfach bock und ja es war einfach anders ich will sagen vom gameplay her war es vielleicht gar nicht besser aber aber alles drumherum ja richtig und diese zeiten kann man unter keinsten umständen zurückholen deswegen ist es so viel wert dass man das im kopf hat und dass man einfach einfach sich das mal bewusst macht was man da was man da irgendwie miterleben durfte deswegen würde ich euch an dieser stelle einfach mal fragen weil wir sind schon fast angekommen am ende des gameplays was irgendwie ein bisschen crazy ist aber wie gesagt heute ein bisschen kürzer aber wir wollten einfach mal kurz darüber reden und das ist eigentlich eine coole sache was ich euch fragen wollte wer von euch hat schon länger als wir wir haben mit m3 angefangen wer zockt schon länger als wir als wir oder wie lange ihr könnt ihr alle mal reinschreiben wie lange zockt ihr schon COD das würde mich total mal interessieren und eure geschichte mal so ein bisschen rein schreiben zu dem thema das würde mich total interessieren wir können ein bisschen kommentieren äh diskutieren in den kommentaren wen ihr dazu bock habt weil ich finde das faszinierend weil mir macht häufig noch immer so viel spaß wie früher aber es ist hat sich so vieles geändert einfach so viel hat sich gerne und das finde ich faszinierend und ich bin gespannt auf die nächsten jahre vielleicht kommen die mv4 nächstes jahr oder das wäre es das wäre es wirklich das wäre es wirklich sondern ich glaube dass wir müssen schon vorbei sein deswegen müssen wir uns jetzt recht schnell verabschieden das ging echt schnell aber ja da kann ich das mal mit dabei war ja da bin ich immer wieder gerne krasse krasse sache ich würde sagen jetzt würde ich sagen sehen wir uns morgen wieder ich spiele dass du quasi den nomad ist eigentlich den alex am spezialisten aber ich habe heute gedacht ich nehme immer